Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 22. Juli 2018. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Wow. Wow. Wir hatten Sommerpause. Sag einfach, wir hatten Sommerpause, weil das war jetzt schon sehr, sehr lange. Zwei Monate. Ja, krass. Wir haben Ende Mai unsere letzte Episode aufgenommen. Es war zu Solo. Solo. Und wir müssen zu unserer Verteidigung sagen, dass wir tatsächlich… Sommerpause hatten. Sommerpause. Ja, aber auch kinomäßig. Also wir gehen schon ins Kino, wenn Filme laufen, die uns interessieren. Und es war halt jetzt auch lange Zeit Flaute. Ja, vielleicht auch ein bisschen der WM geschuldet. Und dann… Ja, wir wollten schon den Jurassic World anschauen. Und irgendwie war er dann erstmal nur in 3D. Und wir sind ja nicht so die 3D-Fans, zumindest hier bei uns in Passau. Genau, der lief nur in 3D, gell? Ja, ich glaube. Und wir haben dann irgendwie gar nicht mehr nachgeschaut. Und dann kam sowieso dann wieder eins nach dem anderen. Und dann war WM. Und dann waren wir auch am Fußballschauen. Und dann war Urlaub. Also dann wirklich Urlaub. Wir waren eine Woche in Amsterdam. Da waren wir zwar im Kino, wie es sich für fleißige Siniasten gehört, Englisch mit holländischen Untertiteln. Und haben uns im Pathé-Kino, wunderschönes Kino, haben uns Hereditary angeguckt. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, wieso habt ihr denn da nicht, wieso habt ihr den nicht bequatscht? Gut. Aber zum einen ist es halt so, dass wir unsere Eindrücke ganz gerne zeitnah verarbeiten in Form dieses Podcasts. Was uns in dem Falle aus zweierlei Gründen nicht möglich war. Zum einen waren wir ja nicht im Lande. Und zum anderen waren wir dann auch die Zeit danach, nach diesem Urlaub, ich sage es mal anderweitig disponiert. Und wir hatten liebe Menschen zu Gast. Und ja, man muss halt mal Prioritäten setzen. Genau. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Genau. Habt ihr uns vermisst? Ihr könnt uns ja in die Nachricht schreiben. Hallo. Ich habe uns schon vermisst. Ja, ich habe uns auch vermisst. Ich habe zwar andere Formate, mit denen ich meinen Podcast Durst stillen kann, aber mit dir podcaste ich doch am liebsten. Oh. Ja, und was haben wir uns denn angeguckt? Ja, wir waren gestern Abend im Kino und zwar haben wir uns Sicario 2 angeschaut. Richtig. Richtig. Wir haben uns in Vorbereitung vorgestern noch den ersten Teil angeguckt. Nochmal. Nochmal, genau. Sicario, der 2015 ins Kino kam von Denis Villeneuve, also von uns beiden glühend verehrten Denis Villeneuve, der sich ja bei uns mit Arrival und auch mit Blade Runner für ewig in die Herzen gebrannt hat. Genau, für ewig einen Platz in unserem cineastischen Herz erfilmt hat. Oder so. Und ja, der war, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, Sicario, falls nicht, ich würde euch dringend empfehlen, ihn vorher zu gucken. Es ist zwar so, dass jetzt die Handlungen nicht unmittelbar aneinander grenzen, also jetzt nicht ineinander übergehen, aber die Figuren, also Teile der, also ein paar der Figuren, die werden da nicht mehr großartig eingeführt, sondern die sind halt da in der Voraussetzung, dass man sie halt aus dem ersten Teil kennt. Genau. Ja, was gibt es zum ersten Teil noch zu sagen? Der wird derzeit mit einem Meta-Score von 82 gehandelt, also durchaus ein veritabler Wert, 7,6 von 10 auf IMDb, vollkommen gerechtfertigt, ist ein schmutziger, sperriger Film, der jetzt nicht einfach zu gucken ist. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Aber er ist grandios gefilmt von Roger Deakins, auch der von uns heiß verehrte Kinematograf, Kameramann halt, der sogar eine von drei Oscar-Nominierungen erhalten hat dafür, nämlich als eben Beste Kamera 2015, Beste Musik, auch die erwähnenswert von Johann Johansson, der leider schon verstorben ist. Ja, leider. Weiß man warum? Ich weiß nicht mehr. Haben wir nicht nachgeschaut. Ich glaube, Herzempfang, also irgendwas total Tragisches, der war noch ziemlich jung. Ich glaube, 48 oder so. Der hat sich ja auch mit Arrival dann noch mal mit ihm, also mit Denis Villeneuve zusammengetan, das war dann sein letzter Soundtrack, glaube ich. Der echt wunderschön ist. Grandios. Und der dritte Oscar-Nominierung war der beste Tonschnitt von einem Menschen, den ich jetzt nicht kenne, Ellen, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Ha, willkommen in meiner Welt. Nee, jedenfalls gab es drei Oscar-Nominierungen für Sicario. Und dann war angeblich, ich habe es nicht so schnell mitbekommen, aber angeblich ziemlich schnell nach dem Kinostart schon von der Fortsetzung die Rede. Mhm, okay. Ich glaube, so einen Monat danach hieß es. Was? Und ja, Denis Villeneuve hätte gern, aber konnte nicht, weil er dann eben schon mit Arrival und Blade Runner beschäftigt war. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu den Fakten zur Fortsetzung. Genau. Von wem ist denn die? Ja, und zwar erstmal, was mich jetzt sehr verwundert hat, wo ich jetzt hier so ein paar Fakten rausgeschrieben habe, dass der Film ab 18 ist, weil das haben wir im Vorfeld gar nicht gewusst. Ähm, jetzt im Nachhinein, ja, auf jeden Fall, weil, ähm, die Erzählweise schon dazu drängt, diesen Film, ähm, voll, äh, voll, äh, volljährigen, ja, oder voll entfalteten Gehirnen. Ja, genau, das… Weil, da kommen wir später nochmal drauf. Ganz, ganz wichtiger. Das ist aber schon ganz wichtig, weil ich glaube, so, von der Gewalt geht's eigentlich, aber es geht mehr um die Thematik und die packt man halt wirklich, hoffe ich, ab 18, also mit 16-Jähriger, der fändt es dann schon wieder wahrscheinlich zu cool. Ähm, genau. Laufzeit zu, ja, zwei Stunden und dann haben sie nochmal zwei Minuten dazugepackt. Äh, Regie führt der Stefano Solina, der bekannt ist für die Serie Gomorra und, äh, Suburra, die Serie ist, äh, Gomorra und der Film heißt Suburra, genau so. Die wir beide nicht… Ne, haben wir nicht gesehen, das ist, ähm, er ist selber, äh, in Italiener, ist in, in Rom zur Welt gekommen und, äh, Gomorra erzählt halt, äh, sehr krass wohl auch, äh, die Mafia-Geschichten. Also ist er in seinem Metier quasi. Ja, absolut. Äh, Autor ist auch hier wieder der Taylor Sheridan, ähm, wir haben jetzt irgendwie auch in der Recherche dann gemerkt, dass wir seine ganzen Drehbücher echt super finden, weil er hat unter anderem auch Wind River geschrieben, Hell or High Water und auch den ersten Sicario und das sind alles, ähm, Filme, die wir gut fanden. Ja, sehr sogar. Sehr und, ähm… Vor allem, äh, Wind River, ähm… Ja, Wahnsinn. Ich will, dass ich den kurz einwerfe, den haben wir nämlich nicht im Kino gesehen, den haben wir zu Hause gesehen, äh, ich glaube auf iTunes oder so, äh, haben wir uns den geliehen und der war erstaunlich gut mit Jeremy Renner und einer von den Olsen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Elisabeth. Elisabeth Olsen ist ein toller Thriller. Mhm. Ähm, ähm, ja, unwissend da zu dem Zeitpunkt, dass der Autor… Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut ist, ja. Ja, dass der Autor auch für diese anderen beiden Filme verantwortlich ist. Ja. Ja. Und dann haben wir Musik, äh, hu, 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 ich hab's vorhin versucht auszusprechen und zwar… Sigur. Hä? Sigur heißt der, oder? Nein, Hildur. Hildur. Gondatorir. 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 Ach, genau. Ich musste an Sigur Ros denken, als ich den Namen gestern im Arsch von lasse. Das ist, glaube ich, auch irgendein Isländer, oder? Ja, und der hat zu Teil, also mit auch, ähm, hat an vielen Soundtracks mitgearbeitet, aber nicht geschrieben, unter anderem Revenant und, ähm, er hat auch bei Rival mitgewirkt, aber wohl mehr, dass er ein Instrument gespielt hat, wenn ich das jetzt auf EMDB richtig gelesen habe. Einen ersten eigenen Soundtrack hat er erst zu Maria Magdalena gemacht, der Film mit dem Joaquin Phoenix und, ähm, der, du weißt welchen. Ja, aber der hat schon, der hat schon so, so, äh, Johansson-Vibes, ne? Ja, absolut. Ich glaube, die sind auf die gleiche Schule gegangen. Ja, die haben auch die, die, ähm, das Thema haben sie dann auch mit übernommen, also gerade zum Schluss. Haben sie entliehen. Ja. So, äh, Kamera, das ist auch ein Bekannter, weil ich dachte noch so, den Namen kenne ich doch und, äh, der hat auch wahnsinnig viele gute Filme gemacht. Das ist der Darius Wolski und der hat unter anderem Alien, Covenant gemacht. The Walk, der Marciana, Exodus, Prometheus und was habe ich noch gesehen? Äh, äh, ah ja, Sweeney Todd. Mein geliebter Sweeney Todd. Ah, okay, also es, äh, hat er mit dem Ding, äh, anscheinend ein, zweimal zusammengabelt, mit Ridley Scott. Mhm. Ja, ähm, er. Aber ich fand die Kamera schon gut. Er ist kein Roger Deakins, aber. Ja. Es ist, es ist, äh, er war gut, ja. Ja, ich mein, The Walk, also The Walk haben wir nicht gesehen, Alien, Marciana, war auch super. Mhm. Schon. Ja. So, das war es jetzt mal so hinter der Kamera. Die wichtigsten, äh, so jetzt kommen wir vor der Kamera und Darsteller haben wir, genau, äh, erstmal die zwei Hauptprotagonisten. Das ist der Benicio Del Toro. Der spielt den Alejandro, 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 ähm, bekannt, oh mein Gott, der hat so viel gemacht, ähm, Sin City, 21 Gramm, Traffic, Snatch, Fear and Loathing in Las Vegas und ich glaube, so seinen Durchbruch hat der mit den üblichen Verdächtigen, würde ich jetzt fast schon sagen, oder vielleicht nicht. Ja, ja, als Fester. Oder mit Fear and Loathing. Ja, als Fester, ja, ähm, das Ding, der ist schon gefühlt ewig dabei. Ja. Ewig dabei und, ähm. Aber man sieht es ihm echt nicht an, gell? Naja, er ist schon ein bisschen gehalten. Ja, ein bisschen, aber er ist echt gut in Form. Ja. Ich hab, ja, ja, doch. Ich find, also, ich find, der sieht aus wie, also, der ist doch auch schon über 50, oder? Ja, mindestens. Genau, aber ich find, der hat sich echt gut gehalten. Dann, äh, sein, ja, Gegenpart kann man nicht sagen, das ist so sein, sein Buddy in... Partner in Crime. Ja, sein Buddy in Mind, würde ich sagen, Partner in Crime. Äh, der Josh Brolin, der spielt in Matt Graver, das ist so quasi so ein CIA-Ausputzer, der Mann fürs Grobe, äh, war zuletzt zu sehen in Deadpool 2 und, äh, in Avengers Infinity War als Thanos. Mhm. Und, äh, hat unter anderem auch mitgespielt in Hail Caesar, äh, Everest, Man in Black 3, True Grit, No Country Fault Man, genau. Ja. Ich hab übrigens, äh, gelesen, ja, wieder unnützes Wissen an der Stelle, ähm, dass der, äh, beinahe diese Rolle nicht gespielt hätte in Sicario, also im ersten Teil schon, weil er gerade mit Everest fertig war und im wahrsten Sinne des Wortes fertig war. Das glaube ich. Äh, nach den Strapazen des Drehs, ähm, Films, ja, mittelmäßig, abgesehen davon. Ähm, ja, aber ich, ich würde den fast schon nochmal angucken, weil wir waren ja nicht so begeistert während des Kino, während wir im Kino waren und dann, ich würde dem nochmal eine Chance geben, glaube ich. Ja, ebenfalls war es kein geringerer als der Roger Deakins, der sich an ihn gewandt hat, mit der Bitte, er soll sich, soll doch seine Entscheidung nochmal überdenken, weil er ihn, äh, quasi als perfekte Wahl für diese Rolle fand. Und weil das eben so ungewöhnlich war, dass sich ein Kameramann wie Roger Deakins an einen Darsteller wendet, hat er sich dann dafür entschieden, diese Rolle zu übernehmen, die er natürlich jetzt auch im zweiten Teil wieder inne hat. Ja, es passt ja auch echt gut zu ihm. Ja, ja, er ist echt gut gecastet. Dann haben wir, ähm, ein Newcomer, das ist die Isabella Moner, spielt, äh, die Kartelltochter des Kartellbosses, Isabelle Rice, hat, ähm, den hab ich nicht gesehen, deswegen, äh, Transformers Last Night, da hat sie mitgespielt. Ja. Und dann halt, ja, pff, naja. Äh, dann der Jeffrey Donovan ist der Steve Forcing und den kennt man unter anderem aus der Serie Burn Notice. Da sieht er natürlich ein bisschen fäscher aus, weil da ist er so mit Brille und, äh. Ach, das ist der CIA-Agent. Ja, genau, genau. Und, äh, wo hat er noch mitgespielt? Äh, in Sicario 1 war er auch schon. Mhm. Und der fremde Sohn, genau, da hat er auch mitgespielt, da hat er, glaub ich, einen Polizisten gespielt. So, dann spielt die Catherine Keener mit, die kennt man ja auch. Als, ähm, jetzt kommt's, Cynthia Foado. Das liegt nur an meiner Schrift, gell? Also, das ist echt. Du bist aber auch gehandicapt. Ja, genau, ich bin gehandicapt. Get Out hat sie mitgespielt, Captain Phillips. Das war die CIA-Chefin vom, vom, äh, Josh Brolin, oder? Ja, genau. Ja, ja, stimmt, die hat diese, ja, die Tante in Get Out gespielt, ne? Ja, stimmt, ja. Ja, genau. Ja, die ihn dann unter einer Psychoanalyse unterzieht. Ja, krass. Und, äh, in Captain Phillips hat sie Frau Captain Phillips gespielt. Ja, stimmt. Ähm, die kennt man, wenn ihr sie seht. Ja, genau, die kennt man. Genug gesagt, ähm, hab ich jetzt nicht gesehen, aber in Can A Song Save Your Life ist sie die Ehefrau von, äh, Mark Ruffalo. Also, stimmt auch, ja, klar. Also, wie gesagt, die kennt man. Ja, äh, Capote hat sie, äh, die Harper Lee gespielt. Hast du ja nur kurz gesehen. Ja. Falscher Tag, falscher Film. Ähm, ja. Ja, dann haben wir noch den Manuel Garcia Rulfo, der spielt in Gallo, das ist so ein kleiner Krimineller an der Grenze, äh, spielt mit in Modern Orne Express und die glorreichen sieben und alles andere ist halt, glaube ich, so, ähm. E-Movie. Heimisches, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Land der kommt, deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen. Also, auf jeden Fall ist er, glaube ich, aus dem heimischen Fernsehuniversum dann nach Hollywood geschippert und hat da halt die zwei Filme mitgemacht. Genau. Dann ist noch der Matthew Modine mit dabei, der spielt in James Riley, das ist quasi der Chef der, äh, CIA, glaube ich nicht, also, was, wie ist Secretary of Defense? Nee, der ist Verteidigungsminister. Ja, genau. Ja. Ha. 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 Knallhart recherchiert. Genau. Er stand an dem Pult und da stand Secretary of Defense. Genau. So, der spielt mit bei Stranger Things an jedem verdammten Sonntag und viele, viele, viele unwichtige Filme dazwischen und dann Full Metal Jacket. Mhm. Da hat er auch mitgespielt. Lang, lang ist es her. Ja, genau. Also, er ist irgendwie, ähm, schon ein Bekannter, aber er hat irgendwie so seinen dauerhaften Durchbruch und dass er dann oben bleibt. Nicht geschafft. Nicht geschafft, ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Naja. Dann noch erwähnenswert ist der, weil er halt, äh, maßgeblich, äh, da will ich jetzt, jetzt hab ich Angst zu spoilern. Und zwar, das ist der Elijah Rodriguez, äh, der spielt den Miguel Hernandez und der hat eine Sprechrolle gehabt und zwar Manolo und das Buch des Lebens. Ah, den hab ich auch gesehen. Du nicht. Nein. Genau. Und dann wär eigentlich das wichtigste Cast schon durch. Mhm. Ja, sehr schön. Oder Besetzung in Deutsch. Sehr schön. Ja, ähm, durchaus eine, eine veritable Darstelleriege. Ja, schon. Was ich schon sagen würde. Alle gut gecastet, finde ich. Dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf den Pressetext. Und zwar, CIA Agent Matt und der Söldner Alejandro kehren zurück an die US-Mexikanische Grenze. Hier eskaliert der Drogenkrieg. Seit die mexikanischen Kartelle begonnen haben, Terroristen über die Grenze in die USA einzuschleusen. Um von US-Seite aus im Gegenschlag einen Krieg der verfeindeten Drogenkartelle anzuzetteln, soll die Tochter des Kartellbosses und Terroristenschleusers Carlos Reis entführt werden. Mit dem hat Alejandro jedoch noch eine ganz andere Rechnung offen. Die Fortsetzung des fesselnden Thrillers Sicario treibt die Spannung auf ein Maximum. Im komplexen Kampf zwischen Macht und Gier verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse. In den Hauptrollen brillieren erneut Oscar-Preisträger Benicio del Toro und der Oscar-nominierte Josh Brolin, diesmal an der Seite von Newcomerin Isabel Mona. Whatever. Regie der lang erwarteten Fortsetzung für Genrespezialist Stefano Solima nach einem Drehbuch von Taylor Sheridan. Ja, das war es eigentlich mit dem Pressetext, der die Handlung ziemlich gut wiedergibt, die jetzt aber auch nicht sonderlich komplex war. Nein, ist es ja auch nicht. Genau. Ja, dann, wie waren denn so unsere Erwartungshaltungen? Unsere? Ja. Meine. Deine. Wir sind so im Wir. Es gibt kein Meins, Deins, es gibt nur mehr Unser. Also, meine. Ich meine, ja, ich glaube, wir haben jetzt einfach den Film auch mal wieder genutzt zu sagen, okay, wir gehen jetzt ins Kino und tun auch mal wieder Podcasten. Und ich habe mich jetzt schon auf die Fortsetzung gefreut. Der Trailer war auch sehr ansprechend, aber es ist jetzt nicht so eine Vorfreude gewesen wie jetzt zum Beispiel auf The Next Mission Impossible oder jetzt auch auf Ant-Man on the Wasp. Also, deswegen war die Erwartungshaltung war jetzt auch nicht so riesig. Ich habe im Vorfeld eine Spiegelkritik gelesen und da wurde dem Film jetzt nicht so die Bestnoten verliehen. Also, quasi so eine typische Fortsetzung, nur schlechter. So. Und muss ich jetzt hier ein bisschen gegenwirken, weil ich fand den auch gut. Also, ich fand den genauso gut wie den ersten. War halt anders inszeniert einfach. Ja. So. Um es mal auf einen Satz zu bringen. Also, meine Erwartungshaltung war ähnlich. Also, auch ich fand Teil 1 bei der zweiten Sichtung, muss ich zugeben, habe ich den aufgewertet. Lag daran, dass er dann nicht so zugänglich ist, auch was die Handlung betrifft. Ist er ein bisschen kryptischer und so ein bisschen schwerer zu lesen als jetzt der zweite Teil. Der macht es einen da wesentlich einfacher. Und habe mich dann zunehmend auf den zweiten Teil gefreut. Der Trailer, wie du schon sagtest, den fand ich fantastisch. Das war einer der Besseren, im Gegensatz zu dem Schrott, den wir vor Sicario 2 sehen mussten. Unglaublich. War der wirklich gut, auch mit dieser sehr markanten Musik oder dem Thema von Johann Johannsson unterlegt. dass, wenn ihr aus dem Kino geht, euch noch lange in den Ohren hängen wird. Ja. So krass. Das ist ein sehr markanter Ton. Ja, vor allem halt, es ist halt dieses dunkle Gebrumme, kann man schon sagen. Und dann fahren wir so aus der Tiefgarage raus und da draußen ist halt stark Regen. Und es war dann halt so, wir fahren in dem Regen und es war schon okay, passt schon ein bisschen. Also der Denis Villeneuve hat im ersten Teil zum Johannsson irgendwie gemeint, die Musik soll eine Bedrohung sein. Das ist auch eindeutig. Und das ist es auch geworden. Also die Musik an sich trägt maßgeblich zur Atmosphäre beider Filme bei, muss man wirklich sagen. Ja und als ich dann aus dem Kino kam, war meine Reaktion erstmal, also ich fand ihn nicht schlechter als den ersten. Also ich war jetzt nicht euphorisiert, war aber auch nicht enttäuscht. Also ich glaube, nachdem ich jetzt eine Nacht drüber geschlafen habe, dass ich dir da zustimme. Also dass ich den auf Augenhöhe, also fast auf Augenhöhe finde mit dem ersten Teil. Und die Gründe, warum ich ihn nicht auf Augenhöhe sehe, die sind aber eher, ich glaube, das sind so ein paar Kleinigkeiten. Also das sind jetzt keine groben Schnitzer, wo ich sage, das ist eine unnötige, dahingerotzte, geldmachende Fortsetzung. Das fand ich jetzt auch nicht, ja. Weil sowas hat man ja in der Filmgeschichte schon durchaus das ein oder andere Mal erlebt, wo man dann merkt, okay, da will jetzt einer nochmal schnell auf dem Erfolg des Vorgängers mitreiten und noch ein paar Dollar verdienen. Und dann eine Fortsetzung schreiben, die eigentlich keine sein soll. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass auch der gleiche Drehbuchautor wieder an Bord war, spricht in der Hinsicht schon Bände. Ja. Ja, also wenn das jetzt ein komplett ausgetauschter Cast gewesen wäre zum Beispiel und auch komplett ausgetauschte, also ein anderer Drehbuchautor, dann wäre ich deutlich skeptischer gewesen. Ich glaube, dann hätten wir den aber auch nicht angeschaut. Nee. Weil der Film oder die Geschichte lebt ja auch wirklich aus diesen zwei Personen. Ich meine, im Sicario ist halt noch die Emily Blunt dabei als moralisches Gegengewicht. Das fehlt jetzt hier natürlich komplett. Und das macht es dem Film halt ja auch schwieriger ein bisschen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er ab 18 ist. Ja. Wir haben es ja eingangs erwähnt, oder du hattest es eingangs erwähnt, dass du die FSK 18 für angemessen hältst. Ja, absolut. Aber, also klar, der Gewaltgrad ist, ich fand ihn nicht übertrieben, es war nicht übertrieben viel, aber wenn Gewalt, dann war es schon sehr explizit. Vielleicht bin ich jetzt auch schon wieder so abgebrüht, aber ich fand ich jetzt, also das Einzige, ähm, kann man ja nicht erwähnen, oder? Wobei. Spoiler-Teil. Ja. Im Spoiler-Teil. Du weißt, was ich meine, gell? Ja, es ist halt, man sieht halt, die Kamera dreht sich jetzt nicht unbedingt immer weg, wenn irgendwo auf wen geschossen wird, sondern man sieht schon explizit, wenn die Leute halt getroffen werden und es spritzt halt auch Blut. Ja, aber das ist, ich finde das gar nicht so, also ich, zum Beispiel The Shape of Water, wenn da Gewalt war, dann hat die mir mehr wehgetan als bei diesem Film jetzt. Naja, ist ja auch nicht der Grund für die FSK 18 aus unserer Sicht. Ja, ist ja auch nicht, also deswegen finde ich jetzt die Gewalt gar nicht so, es gibt halt, ähm, ein, wieso, hm? Was, ein, was? Achso, ein, ein Attentat. Ja. Das kann man erwähnen, weil es wurde, in der Kritik, wo ich das gelesen habe, da wurde es auch schon erwähnt, deswegen wusste ich ein bisschen, was auf mich zukommt. Das ist schon ein bisschen heftig. Das ist, das ist, das ist, das ist krass, ja, genau. Wurde ja jetzt auch in dem Pressetext schon erwähnt. Ah ja, genau, ah da. Ah, zum Glück. Ach so, ah. Ja, nee. Ja, genau, also das ist eigentlich die krasseste Szene. Gleich am Anfang, ja. Aber, nee, äh, der Grund für die FSK 18 aus unserer Sicht ist eigentlich der, dass, ähm, ich sag jetzt mal schon, eine sehr militarisierte, martialische, ähm. Zynische? Zynische Weltsicht, äh, äh, dargestellt wird. Also es gibt halt, ähm, im Gegensatz zum ersten Teil mit Emily Blunt, äh, gab, äh, gab, äh, gab es da einen, einen moralischen Gegenpol, der jetzt komplett raus ist. Ja. Äh, 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 und angeblich beabsichtigt, was ich gelesen habe, äh, also die, 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 auch der Drehbuchautor hat gesagt, äh, die Geschichte, äh, von ihrem Charakter ist zu Ende erzählt. Ähm. Ähm. Und das würde in dem Film, wie ich gesagt habe, das würde es nur ausbremsen. Das würde, ich stelle mir das immer so vor, bei dem Film, wenn jetzt zwei Stunden lang immer irgendeiner versucht, das hätte die Handlung aber auch, das hätte überhaupt nicht reingepasst. Also deswegen war es auch gut so. Ich meine, es ist halt schwierig, ähm, dann als Zuschauer, äh, das Ganze, ja, böse und böse und, ähm, Prinzip musst du als Zuschauer deinen eigenen moralischen Kompass da halt mit anlegen. Also du musst halt. Den hast du wahrscheinlich nicht, wenn du 16 bist oder haben viele vielleicht auch nicht, wenn sie älter als 18 sind. Und das ist halt so, das, was ich dem Film auch jetzt bei unserem Gespräch gestern danach schon mal angekreidet habe, weil ich sage, ja, ähm, also du, du siehst halt zwei Stunden lang Menschen dabei zu, wie sie, äh, moralisch höchst, äh, verwerfliche Entscheidungen treffen. Ähm. Ähm, ähm, und jetzt wissen wir beide, das einzuordnen und, 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 und. Das ist halt nicht lustig, ja, ähm, aber es wird halt manchmal durch einen lockeren Spruch aufgelockert, beziehungsweise kann es halt durchaus sein, dass dann die Mittel, die da halt eingesetzt werden, ist halt viel Hubschrauber und Spezialeinheit, ne, und hier hochmoderne Waffentechnik und Drohnen und Zeug, dass das halt Leute cool finden, obwohl es nicht cool zu sein hat in dem Zusammenhang. Und das ist so der Grund eigentlich eher, warum wir sagen, FSK 18 ist durchaus angemessen. Schon auf jeden Fall. Geistige Reife, äh, vorausgesetzt weniger so, äh, vor Gewalt, weil ich glaube, da hat man schon in 16er Filmen Ähnliches gesehen. Ja, absolut. Ne, aber jetzt gerade, wo du das jetzt nochmal mit den Drohnen und der Kampfausrüstung und so, da musste ich jetzt irgendwie an Videospiele denken und wahrscheinlich, da wo wir jetzt sagen, okay, da muss man ein bisschen gereifter sein und, äh, muss ab 18 sein und wahrscheinlich hat, äh, schon so etliche 13-, 14-, 15-, 16-jährige Call of Duty gespielt und dann ist das eh wieder hinfällig, was wir eigentlich für gut empfinden. Aber, naja, da können wir, da kann ja wirklich jede Eltern nur für sich selber das entscheiden, was sie ihrem Kind halt zugänglich machen. Ähm, letztendlich bei solchen Filmen ist es halt einfach, ähm, ja, also, vor allem halt ist das, ähm, was ja noch im Hintergrund läuft, ist, alle Taten sind ja abgesegnet. Ja, von der Regierung. Genau, von der Regierung und es ist halt jetzt nicht so, dass die sagen, okay, ich mach jetzt hier einen auf, auf, äh, Rächer und zieh jetzt mal alleine los und so und, äh, ich mach mir die Welt, wie es mir jetzt gerade gefällt, so quasi, wie die, wie die Bumm oder so, wie das heißt. Sondern das ist halt wirklich, die, die fragen ihn ja noch so, ja, können sie das machen und ja, klar kann man machen und dann so quasi nach seiner Meinung, also, der Josh Brolin kommt in so eine, äh, in so eine Konferenz und dann heißt so, ja, wir haben jetzt so, äh, können wir und, also, die haben ja selber noch irgendwie so einen ganz kleinen Pipi und, und er dann kommt dann so rein und sagt so mit dicken Eiern, ja, wir können, wenn sie sagen, sie soll das machen, dann mach ich das. So quasi, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Also, ihr müsst mir sagen, was ihr machen wollt und die so, ah, äh, äh, und irgendwie so, je öfters er sagt, ich mach das, was ihr wollt, desto breiter wird der nähere Brust und desto mehr freuen die sich so, ah, jetzt geil, jetzt können wir ja auf die Kacke hauen und das ist halt im Prinzip immer noch die gewählte Regierung, wo da halt hockt und das halt dann sagt und, ähm. Wobei ich sagen muss, äh, dass der, ähm, der Josh Brolin, also, äh, seine Figur, ähm, durchaus eine, eine, eine Entwicklung durchmacht, die würde ich im Spoiler-Teil gern, ähm, nochmal, nochmal, nochmal aufmachen, äh, die mich, die mir gefallen hat, also, wo ich sage, okay, der ist jetzt nicht nur noch, also, so wie jetzt im ersten Teil, so dieser scheinbar moralisch extrem biegsame, äh, gewissenlose Ausputzer, äh, sondern, äh, kriegt eine Facette. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Ja, wie fandst du denn, ähm, so Darsteller? Ja, alle, also super, also ich fand es auch richtig gut gecastet, also auch die kleinen Rollen, also es hat alles wunderbar gepasst. Mädchen war, das Mädchen, die Newcomerin war nicht nervig, ne? Es ist ja so mit jungen Menschen immer, die können ja immer so nerven. Ähm. Ja, Kinder ist, also, oder Jugendliche zu casten ist gar nicht so leicht. Ist gar nicht so leicht, aber sie hat ihre Rolle echt gut gespielt. Ja, sie, 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 sie spielt halt so diese leicht arrogante, ich weiß, dass mein Daddy ein großer Macker ist, äh, Tochter. Ja, das ist halt ihre Rolle, ja. Und sie macht das relativ gut. Also sie hat durchaus ihre Momente, ähm, wo sie, wo sie sich ein bisschen hervortun darf, und zwar, also nicht nur, nicht nur irgendwie eine nervige Teenagerin spielen darf. Ja, das hält, hält aber auch im Rahmen, weil ich meine, sie ist halt, sie weiß ja, glaube ich, was ihr Daddy für einen Job hat, also, und dementsprechend verhält sie sich ja auch. Ich meine, hallo, sie wird mit vier Leibwächtern zur Schule gebracht. Also, dass ihr Daddy jetzt irgendwie nicht der Held im Amt ist, das, äh, muss ihr ja auch klar sein. Und ich meine, dementsprechend ist die schon auch abgebrüht, also, deswegen. Und das, ähm, das Einzige, was halt für sie, ähm, weil sie halt von der Gewalt vielleicht immer was mitgehört hat, aber jetzt zum ersten Mal Zeuge ist, und das ist halt nochmal ein Unterschied, wenn du halt leibhaftig dabei bist und halt das mitbekommst. Und das hat sie schon auch gut gespielt, weil das war halt schon, weil sie ist, letztendlich ist sie noch ein Kind. Ja, stimmt. Ja, mein Gut, äh, Benicio Del Toro und Josh Brolin, da brauchen wir ja nicht mehr viel zu sagen. Nee, weil die sind... Die verstehen ja halt ihr Handwerk. Routiniert. Die Figuren, wenn ihr sie denn aus dem ersten Teil schon kennt, äh, dann sind die da in 0, nix, äh, ist man da wieder auch als Zuschauer wieder drin und, und weiß halt, wie die ticken. Also deswegen sage ich auch nochmal an der Stelle, guckt euch den ersten Teil an, der, zumindest was die Figur des Benicio Del Toro betrifft, euch den nötigen Background liefert, der jetzt im zweiten Teil gar nicht mehr großartig zur Sprache kommt, äh, zwar nochmal, äh, erwähnt wird, ähm, für den Fall, dass ihr den ersten Teil nicht gesehen haben solltet, aber seine Figur kriegt die notwendige Tiefe im ersten und Josh Brolin nicht. Also der bleibt, äh, relativ oberflächlich, aber ich glaube, das ist auch bewusst so angelegt, ähm, der kriegt jetzt keine Familie, ähm, der kriegt keinerlei emotionale, keinen emotionalen Anker verpasst, der ihn irgendwie, äh, hindern könnte daran, äh, das zu tun, was er tun muss. Ja. Also das, das ist auch storytechnisch so, äh, vertretbar, ne. Ja, und auch sonst, äh, da gab es ja noch diesen, 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 diesen Mexikaner, Mexikan, Mexi, Mexamerikaner, also diesen Mexikaner, der einen amerikanischen Pass hat, diesen Jugendlichen. Ja, der, der spielt den, äh, 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 der so, dessen, der so ein bisschen auf die kriminelle Bahn gerät, also in diese, in diese, in diese Kartellmachenschaften, ähm, in diese, wie sagt man, in diese Schlepper, äh, Schlepperkriminalität, hineingezogen wird. Asyl-Tourismus. Asyl-Tourismus. Ja, das hätte Asyl-Tour jetzt gesagt. Naja. Ne, fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Er darf es ja nicht, er will es ja nicht mehr sagen. Also es geht, es geht ja in diesem Teil, ähm, nicht mehr so um das Thema Geldwäsche und, äh, Drogen, sondern es geht schon ganz klar um die wahre Mensch als, äh, als Haupteinnahmequelle auch für die, also die haben das irgendwie so argumentiert, dass es je enger die Grenzen werden, umso wertvoller, ähm, wird er halt die, die, die wahre Mensch. Ja, und, äh, auch, also, ähm, fand ich wirklich erstaunlich, auch mit welchem, ähm, mit welchem, ähm, also diesen Blick in diese, diese Machenschaften, äh, in diesen Schlepper, äh, wie sagt man denn da, in diesen Apparat, ja, und in diese Organisation, also wer da halt alle beteiligt ist und wie routiniert und wie, ähm, ja, wie, ähm, ja, wie durchgeplant das Ganze. Das Ganze da halt auch abläuft und ich meine, natürlich habe ich jetzt keinen Ehrblick, wie das tatsächlich ist, aber das kann man sich jetzt durchaus vorstellen, dass das in der Praxis so, so abgebrüht läuft. Ja, ja, schon. Die haben ja auch gesagt, ähm, also gerade auch zu den Zeiten, weil bevor sie Menschen geschmuggelt haben, wurde ja Kokain geschmuggelt und letztendlich halt, auch da halt auch wieder je enger die Grenzen, umso höher der Preis. Also im Prinzip kann denen ja eigentlich nichts Besseres passieren, als, äh, dass wenn, äh, wieder irgendwie die, also so ein Zaun, wie es geplant ist, das ist natürlich dann halt, wow, dann, dann steigt das Ganze natürlich ins Unermessliche, weil letztendlich die Leute, egal ob es Drogen oder Menschen, die wollen in Amerika, also die wollen dorthin. Also, also, also ist egal, was da jetzt auch in Zukunft geplant sein sollte, das ist alles hin, also kann man sich eigentlich sparen, also im Prinzip. Und, ja, was hältst du von, von der Regie? Vom, vom, äh, wie ist er jetzt gleich? Solina? Ne? Sag mal, sie heißt mich wieder, wie ich, mhm, achso, ich bin bei Deadpool 2. Solina heißt du halt. Der Solina, ja. Ähm, ja, ich hab halt von dem jetzt, Gomorra hab ich halt nicht gesehen, Subora auch nicht, also. Regie und Kamera? Super, ja. Also ich meine, der andere, Darius Wolski, das ist ein super Kameramann. Also ich meine, die ganzen Filme von ihm. Also ich fand, dass er, ich meine, das war mit Sicherheit Absicht. Hast du was zu beanstanden? Ja, nein. Ich fand halt nur, dass jetzt keine eigene Handschrift zu erkennen war, sondern dass man eher dazu geneigt hat, dem ersten Teil nachzueifern. Das war vielleicht Absicht, weil man gesagt hat, naja, man will jetzt hier keinen Stilbruch. Also das soll schon, soll schon noch so irgendwie so ein bisschen so aussehen. Ja, aber ich fand es sehr homogen alles. Nee, es wirkt jetzt nicht, nicht, nicht chaotisch. Also man hat schon den Eindruck gehabt, dass der Ahnung, also dass alle Akteure Ahnung von dem haben, was sie tun. Aber ich habe halt schon mal wieder, dass man wieder so eine Nachtsichtgeräteeinstellung gehabt, du hast mal wieder eine Luftbildaufnahme gehabt an diesem Grenzübergang wieder, wie im ersten Teil. Du hast doch diese, es passieren schlimme Dinge, aber man zeigt sie aus der Sicht eines Protagonisten aus einem Auto, wie schon im ersten Teil. Also ich habe mich ein paar Mal dabei ertappt zu sagen, ah, das ist wie beim ersten Teil, weil wir den auch kurz vorher gesehen haben. Ist dir das nicht so aufgefallen? Nee, gar nicht. Also ich schaue jedes Mal wieder so, ah, Haken dahinter hatten wir. Ja. Den ersten Teil haben wir jetzt wieder. Und ja, aber ansonsten tut sich weder die Regie noch die Kamera jetzt negativ hervor, auf gar keinen Fall. Aber ich finde halt, dass sie eher bemüht ist, so auszusehen wie der erste Teil. Ja, aber ist das jetzt verkehrt? Nein, nein, aber ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, vielleicht auch so ein Stück weit befürchtet, dass das Endergebnis halt wesentlich anders aussieht. Das kann natürlich so zum Guten und zum Schlechten sein. Also wahrscheinlich ist es eher gut, dass es so ist, wie es ist, dass es eher so aussieht wie Teil 1, dass man da halt versucht hat, den Stil danach zu empfinden. Und das ist ihnen sehr, sehr gut gelungen. Ja, finde ich auch. Also ich finde das gar nicht, naja. Kein Bruch, also kein, oh Gott, wie sieht das denn jetzt aus und plötzlich alles blau anstatt Sepia und das haben sie nicht gemacht. Ja, fand ich gut. Was hältst du denn davon? Also was ist denn dein spoilerfreies Fazit vom Spoiler-Teil? Falls jemand nicht weiterhören möchte, den Film noch gucken möchte, was würdest du ihm auf den Weg geben? Ja, also wenn er den ersten Teil gesehen hat, dann würde ich ihm schon empfehlen, den zweiten Teil zu sehen. Also im Kino ist jetzt dahingestellt, ist jetzt halt immer auch, ich meine, letztendlich jeder Film, eine große Leinwand wertet jeden Film auf, egal welches Genre. Und er hat auch wirklich ein paar, ja, schon sehr beeindruckende Action-Szenen auch. Also jetzt nicht in Menge, also da ist jetzt kein Baller-Film in dem Sinne, aber da geht schon was. Und da wumst es auch ordentlich und ja, ich würde auf jeden Fall einen Kinobesuch empfehlen. Ja, sehe ich auch so. Also der erste Teil, wenn einem der erste Teil gefallen hat, muss man den zweiten Teil auf jeden Fall gesehen haben. Vor allem halt, haben wir das schon erzählt? Das ist jetzt kein Spoiler-Teil. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe die drei. Ach so, ja, dass es eine geplante Trilogie ist. Ja, genau. Hast du schon gesagt? Nein. Also. Ich habe die Geste jetzt nicht verstanden. Es sah aus, wie, wieso würdest du mir eine Kanone in den Kopf halten wollen? Nein, eine drei. Es waren die drei. Also es ist ja auch ein dritter Teil geplant, deswegen, also wenn einem diese Art von Filme gefallen hat, dann auf jeden Fall weitergucken und auf den dritten Teil dann warten. Ja, also ihr macht, ja, wie du schon sagtest, die Voraussetzung ist, Teil 1 hat euch gefallen. Das würde ich schon voraussetzen, wenn ihr schon sagt, also wenn euch der schon nicht gefallen hat. Im zweiten Teil hatte ich übrigens auch mehr Action erwartet eigentlich, war aber angenehm überrascht, dass es so ähnlich reduziert ist wie Teil 1. Dadurch hat die Action aus meiner Sicht wesentlich mehr Gewicht, wenn sie denn so punktuell eingesetzt ist. Also es ist relativ ruhig, relativ ruhig. Ja, aber ich fand den jetzt auch gar nicht langweilig. Also ich fand den durchweg spannend. Ja, ruhig heißt ja nicht langweilig. Ja, aber es ist für viele dann immer so, ich habe Angst einzuschlafen. Nee, war gut, war gut. Wie gesagt, einen Ticken, einen Tick weniger Brillanz als der erste Teil. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass der Zauber des Neuen weg ist. Das ist ja auch oftmals so ein Grund, wo man sagt, ja okay, ich habe das jetzt, also visuell, audiovisuell schon mal erlebt. Jetzt ist halt eine neue Story dabei und ist halt eine Fortsetzung, eine würdige Fortsetzung, der halt so ein bisschen der Zauber des Neuen fehlt, finde ich. Ja. Ja? Ja. Würdest du dem? Ja, ja, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Spoiler-Teil und zu unserem Spoiler-Alarm. Ich zog immer zusammen. Ja, gab es denn für dich eine oder mehrere denkwürdige Szenen, die sich dir eingebrannt haben, also jetzt im Spoiler-Teil darüber sprechen möchtest? Ja, ich habe ja vorhin schon ein bisschen erwähnt und es steht ja zum Glück auch im Pressetext drin, aber ich wollte jetzt gerade nochmal auf diese Explosion nochmal im Supermarkt, weil das halt wirklich, du siehst halt am Anfang gleich so eine Szene, wie halt Grenzschützer an, also per Flug und per Auto, also Hubschrauber und alles halt. In der Nacht, ja. Genau, ein paar Flüchtlinge, wie soll man es nennen? Ja, Grenzüberquerer, Mexikaner, die Grenzüberqueren wollen. Genau, aufgreifen und da ist dann auch schon der Erste, der sich da in die Luft sprengt und du merkst schon so, ah okay, da laufen jetzt nicht nur Mexikaner mit, sondern da werden auch andere Leute halt mit ins Land geschmuggelt. Und später sieht man dann halt auch, wie vier Männer in einen Supermarkt gehen und jeweils jeder einen, so einen Sprengsatz am Körper haben und die sich halt in so Gänge aufstellen und dann drei Stück nacheinander sich hochjagen und dann zum Schluss sieht man dann halt noch wie eine, das ist nicht mal die Mutter von dem Kind, glaube ich. Oder doch. Oder doch, ich weiß nicht. Auf jeden Fall möchte er halt eigentlich nur sich und das Kind dann halt noch retten und wollen halt an diesem Attentäter vorbei, der da halt noch vor sich hin betet. Und ja, die ziehen halt ihr Ding durch, also da ist es denen, also da geht es jetzt auch nicht mal, also wirklich jede Seele, die mitgenommen wird, ist halt wichtig. Und das ist das Tragische daran, dass die zwei dann halt, also bevor sie halt wirklich es aus der Tür schaffen, zündet er halt die Bombe und es gibt nochmal eine Riesenexplosion. Und das ist halt wirklich so ein Moment, da fasst du dir halt an die Brust, ans Herz und so, oh mein Gott. Und das ist wirklich, also das ist die krasseste Szene von dem Film. Und ja, ausschlaggebend darauf, auf diesen Moment passieren dann halt, ja, die restliche Geschichte, wo dann halt natürlich die Amerikaner dann halt wieder mit der Faust sagen, also wir in unserem Land, also ha ha ha, ihr macht uns keine Angst, wir machen euch alle fertig. Und dann wird halt der Josh Brolin geholt und dann geht es halt ans Eingemachte. Ja, stimmt. Also das war auch eine überraschend intensive Szene. Und es ist ja so, dass, ich habe es ja schon erwähnt, im spoilerfreien Teil, dass im Teil 1, da wirst du ja storytechnisch insofern nicht ständig abgeholt, als dass nicht ständig jemand erklärt, was sie jetzt tun und warum sie es tun. Das ist hier jetzt ein bisschen anders. Ich finde es jetzt nicht übertrieben und ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es wird dir etwas leichter gemacht, der Handlung zu folgen, indem tatsächlich immer wieder mal so eine kleine Zäsur erfolgt, wo halt jemand mal wieder verbalisiert, was denn jetzt, warum sie es ist. Genau. Das hilft natürlich, der Handlung zu folgen, Teil 1 hat man sich das ganz oft gespart und war ein bisschen kryptischer. Ja. Und jetzt auch, also man hat, glaube ich, so die ersten zehn Minuten, bis dann der Charakter von Josh Brolin ins Spiel kommt, war ich, hatte ich auch so ein, war ich auch erstmal so maximal verwirrt. Ja, weil da sind sie doch erstmal in Somalia, Somalien? Somalia, ja. Und dann holen sie ihn. Holen sie halt so einen, aber auch schon wegen der Anschläge, also du siehst halt mexikanische Flüchtlinge, weißt ja im Grunde, es geht um mexikanische Flüchtlinge, plötzlich sind halt Islamisten am Start, dann ist ein Anschlag in einem Supermarkt, dann springt es nach Somalia. Und ich meine so, was? Und dann so, als er dann ins Spiel kommt, fängt die Handlung an, sich zu erklären. Ja. Und wird durchsichtig. Genau, weil nämlich dieser Typ, wo sie sich da in Somalia krallen, ist halt irgendwie so einer, der hat halt seine Boote da oder seine Schiffe da an den, an der… Ja, das ist ein Pirat, der Öltanker kapert in Somalia. Und, aber auch mit Menschen füllt. Genau. Der ist auch, also im Prinzip ist er auch ein Schlepper. Genau. Und der bringt halt auch die, die Extremisten bringt er halt rüber halt, was weiß ich, nach Südamerika. Genau, von dort aus über die Grenze. Genau. Deswegen haben sie den geschnappt, ja. Ja, und da wird halt gleich mal Josh Brolin in seiner Rolle wieder zementiert, wo er halt einfach zu dem Typen sagt, pass mal auf, hier, das, was du hier siehst, ist ein Satellitenfoto deiner Bude. Ja. Da, wo deine Verwandtschaft gerade rumläuft und wenn du mir nicht sagst, was ich wissen will, dann ordne ich einen Drohnen, äh, Schlag an und, und vorbei ist und, ja, weil er in mich sofort kriegt, was er will, macht er das auch. Ja. Also es ist, wie gesagt, es ist schon sehr, also auch die Art und Weise, wie er halt seine Macht ausspielt, ist schon sehr zynisch, ja. Das ist schon sehr, ja, aber… Menschenveracht, also ist es halt einfach vollkommen egal, ja. Ja, das… Aber ich, also, das will ich jetzt irgendwie nicht schönreden, aber denen ist es ja auch egal. Er hat sich da einfach nur angepasst. Ja, aber er ist halt, eigentlich ist es ein offizieller Regierungsangestellter und der kann halt nicht hergehen und sagen, jetzt weg, heil ich die Mittel. Eigentlich. Eigentlich nicht, aber im Prinzip ist er dadurch, dass er ja sowieso permanent unterm Radar agiert. Ja, es ist halt auch ständig auf Militärbasen und nutzt halt auch offizielles Militärgerät. Er heuert zwar da so einen offensichtlichen Privatier an, ihn auszurüsten, das läuft alles irgendwie so unterm Radar und dann kommt dann auch dieser Satz so, ha, jetzt kannst du dir wohl dein eigenes Baseballteam leisten. Mhm. Oder Eishockey. Ich weiß nicht mehr, Basketball, Baseballteam. Egal. Und das war halt auch so ein typisch zynischer Kommentar, wo er sagt, naja, du machst ja ein Geschäft mit dem Tod, ja. Und sie scherzen halt drüber, dass er jetzt halt durch diesen Regierungsauftrag irgendwie halt reich wird und sich eine Baseballmannschaft leisten kann. Also dieser Ton zieht sich halt nahezu durch den kompletten Film bis zum Ende hin, wo es dann tatsächlich mal so ein bisschen menschlicher wird. Ja, eigentlich nur die letzten fünf Minuten. Die letzten zehn, 15 Minuten, ja genau. Aber das meinten wir eigentlich mit diesem zynischen Weltbild, wo ich sage, damit muss man schon mit einer gefestigten Geisteshaltung rangehen können, glaube ich. Aber dich hat es ja mehr gestört wie mich. Mich hat es nicht so gestört. Also ich empfand ihn schon, also ich habe schon auch das empfunden, aber wie gerade gesagt, also letztendlich, wir sind halt, alles andere wäre halt wieder dieser Heldengesang, wo dann geführt wird. Und es gibt halt in diesem Geschäft keine Helden, es gibt keine, es ist ein Agieren, also reagieren, dann agieren und letztendlich immer auf derselben Ebene. Und denen ist es ja auch egal und die haben sich da einfach nur angepasst und alles andere, ich meine, das würde ja auch nicht funktionieren. Und deswegen ist diese Kaltblütigkeit, wie so ein Josh Brolin dann halt rangeht und sagt so, die erschreckt einen natürlich erstmal, aber irgendwie macht es dann auch wieder Sinn, weil die halt sagen so, ja, also wenn ich jetzt da sitzen würde, würden die jetzt da einen Unterschied machen? Würde ich jetzt nicht sagen, weil sonst würden sie ja nicht auch so reagieren oder agieren in dem Sinne, dass sie halt Terror und Vernichtung halt über die Länder bringen. Deswegen ist es halt die einzige Sprache, die halt da noch gesprochen wird und es klingt, es ist natürlich traurig, aber es macht irgendwie Sinn. Ja, sagen wir mal so, es ist weit davon entfernt glorifizierend zu sein. Genau, es ist auch nicht dieses Amerikanische, was da jetzt wieder so durchspricht. Also es ist ja bei manchen Filmen dann auch immer, gerade wenn sie aus Amerika kommen, dann ist ja immer permanent Flagge und Patriotismus und unser Vaterland und so. Und das spielt auch vordergründig gar keine Rolle. Es ist halt einfach nur, wir müssen uns halt der Gegebenheit anpassen und wenn die halt so sind, dann müssen wir halt so reagieren. Ja, finde ich halt. Ja, ich habe ja vielleicht, jetzt steht jetzt hier der falsche Eindruck, es hat mich ja jetzt auch nicht gestört im Sinne von, dass es mir das Filmerlebnis vermisst hätte, sondern es ist eher so, dass ich mir halt Gedanken darüber gemacht habe, dass es eben das, was die da tun, so moralisch verwerflich ist, dass es so ein ganz schmaler Grad ist, ja, das ist schon okay so. Und nein, das ist nicht okay. Und wir wissen, dass es nicht okay ist. Und wie gesagt, im ersten Teil hattest du noch jemanden wie die Emily Blunt, die das noch verbalisiert hat, die das als Figur zum Ausdruck gebracht hat, dass das falsch ist. Und sowas fehlt euch jetzt komplett. Und wie gesagt, geistig weniger gefestigte Menschen könnten dann sagen, oh, cool, die das halt dann toll finden, wenn die so agieren, wie sie agieren. Aber es hat mir jetzt den Spaß nicht verdorben überhaupt, was heißt Spaß? Spaß ist gut, ich meine, du hast halt wirklich so ein permanentes Unbehagen in der Magengrube, dass der Soundtrack tut, dass er ein Übriges, weil dann einfach weißt du, oh Gott, es ist alles so falsch, was die da machen. Und es ist alles so abgebrüht. Und ich meine, im Namen der Regierung dieses Mädchen zu empführen, dann aber so tun, als hätten sie sie bei einer Razzia irgendwo gefunden und wieder ins Land zu schleusen. Das sind alles so Dinge, wo du sagst, mein Gott. Ja, also das Krasseste ist ja eigentlich dann, wo sie dann, wo dann auf einmal, das waren doch amerikanische Grenzsoldaten, oder? Oder Polizisten, wo dann die angegriffen haben, weil sie aber vom Kartell bezahlt wurden. Weil es gab ja dann halt so eine Aktion, sie wollten sie ja eigentlich wieder zurück ins Land schaffen. Und dann wurden ja von den amerikanischen Grenzpolizisten angegriffen, die vom Kartell bezahlt worden sind. Somit hat das Ganze dann die Öffentlichkeit erreicht und das haben sie dann irgendwie nicht gezeigt. Das war dann einfach nur so, okay, jetzt ist es in den Nachrichten. So, und jetzt haben wir ein Problem. Okay. Und dann ist, wie es halt immer so ist, wenn letztendlich haben die Obersten nie was gesagt und nie was ... Und ziehen halt den Schwanz ein. Und ziehen halt den Schwanz ein, genau. Und das war eigentlich das Krasseste, wo dann hieß so, okay, Operation beendet, jetzt könnt ihr gucken, wie er da rauskommt. Und die eine dann, gerade die Rolle von der Catherine Kina, die Cynthia ... Das ist ja eh Schwerfinder. Genau. Und dann gesagt hat, okay, dann sauber machen. Aber klinisch sauber machen. Und das heißt dann halt wirklich, also im Prinzip ... Also klinisch, klinisch würde ja heißen, dass alle, wo davon gewusst haben oder alle, wo damit drin sind, müssen jetzt getötet werden. Und eigentlich müssten sie sich letztendlich selber auch noch umbringen, weil das wäre dann wirklich klinisch sauber. Aber letztendlich ging es dann nur darum, das Mädchen und halt vor allem ... Den Hintermann. Den Hintermann. Den Alejandro. Zu töten, genau. Ja, das ist ja dieser Überfall auf dem Konvoi, der da das Mädchen wieder zurück ins Land bringen soll, war auch eine coole Sequenz. Aber das meinte ich zum Beispiel, als man sie da gesehen hat, als sie zurück im Auto geblieben ist. Das war sehr ähnlich dieser Sequenz am Grenzübergang, wo die Emily Blunt im Auto geblieben ist und halt die Gewalt quasi aus dem Auto heraus. Ich fand aber, da gab es einen visuell sehr coolen Einfall. Das war das mit dem Staub. Also die kommen von befestigten Straßen in diesen Konvoi. Der besteht aus irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs Fahrzeugen oder sieben sogar. War ein langer Tross von befestigten Straßen auf nicht befestigte. Vier und sieben von der Polizei. Genau, die mit ihren Hammer ... Hamdis? Hamvis? Hamvis. Hamdis? Hamvis. Hamvis. Hamdi-damdi. Hamvis, Hammer. Also dieser Jeeps halt, dieser amerikanischen und begleitet von der Polizei. Und sie kommen halt von der befestigten Straße auf so eine Schotterstraße und es staubt halt ohne Ende. Und sie fahren halt im Prinzip blind weiter. Und das ist visuell, war das sehr cool umgesetzt. Und das war auch so, auch wieder wie im Teil 1. Dieser begleitete Transport aus Mexiko über die Grenze war, war es wieder eine ähnliche Sequenz, wo du halt so eine permanente Bedrohung als Zuschauer auch fühlst. War auch durchaus spannend. Wo du halt weißt, okay, da muss jetzt irgendwas passieren. Und im Endeffekt, naja, dreht sich halt der Polizist, dreht halt sein Maschinengewehr um und fängt halt an, auf diesen Combo zu feuern. War auch ein geiles, also ein toll inszeniertes Feuergefecht. Oh Gott, das war so geil. Das war sehr mitreißend inszeniert. Also das lag auch mit einer Kamera, weil die halt nah an den Protagonisten bleibt. Das finde ich immer so toll, wenn so Feuergefechte jetzt nicht mehr in die Totale gehen, sondern halt so ganz nah bei den einzelnen Figuren bleibt. Und du halt immer nur so Fetzen mitkriegst und dann schlagen hier wieder Kugeln ein. Ja, ja. War sehr intensiv. Naja, und da ist es halt so, dass dann aufgrund der herannahenden Bedrohung, also das Mädchen flieht halt irgendwie in ihrer Panik, muss man sagen, weil eigentlich war es total unvernünftig. Ja, voll, wo ich gedacht habe, Mädchen, bleib doch einfach sitzen. Aber ich fand es auch krass, dass die dann halt einfach gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mal raus. Und keiner schützt sie aber auch. Die sind alle vier, alle drei sind ausgestiegen. War ein Drehbuchfehler. Meiner Meinung nach war das ein Fehler, weil eigentlich hätte mindestens ein Personenschützer beibleiben müssen. Ja, schon. Weil das hat, ich fand, also das hat, sie haben sie die ganze Zeit beschützt. Ja, das war, das war, also das war so ein bisschen fahrlässig geschrieben, weil die halt wollten, dass sie entkommt. Und konnten sie, also das hat man, ja, wenn man drüber nachdenkt, war es echt dumm. Aber sie entkommt halt aus Zeitmangel, die Leute müssen raus aus dem Land, also die Amerikaner müssen raus aus dem Land. Jetzt bleibt der Alejandro, der Söldner, zurück, um sie zu suchen. Und dann splittet sich im Prinzip ja die Story halt auf in den, den, Josh Brolin, den Matt, der die Anweisung bekommt, die losen Enden abzuschneiden, sprich das Mädchen und den Alejandro zu beseitigen. Und den Alejandro, der versucht, das Mädchen zurück in die USA zu ihrem eigenen Schutz zu bringen. Weil das natürlich ein mächtiges Instrument geworden ist. Also sie wollen ja diesen Bandenkrieg da entfachen. Und im Prinzip, der, der das Mädchen hat, hat so im Prinzip die Fäden in der Hand. Und das merkt man ja auch, als dieser Grenzübergang, den er da plant, schief geht. Ja. Und das fand ich auch ziemlich krass übrigens, als die, als sie da gefangen genommen werden und er da exekutiert werden soll. Mhm. Das war schon eine sehr eindringliche. Ja, absolut. Sequenz, wo man denkt, okay, der ist jetzt schon gefesselt und halt, wie sagt man da, hat den Sack über den Kopf. Von, war das halt jetzt irgendwie ständig auf die Kavallerie und dann gibt es ja noch die Verzögerung, der eine traut sich nicht, ihn zu erschießen. Und er wird dann erschossen. Wird dann erschossen. Aber das war so, oh Gott, ey, war irgendwie klar. Jetzt komm, hier, du willst doch ein Sicario sein, ne? Ja, ja, genau. Und dann dieser. Ja, da kommt dann nämlich genau dieser, deswegen habe ich ihn auch, weil er halt wirklich maßgeblich, also es ist eine kleine Rolle, aber er hat halt immer so diese Schlüsselmomente. Das ist halt diese Figur Miguel Hernández und er ist ja auch derjenige, der dann den Benicio del Toro, den Alejandro an diesem Flüchtlingspunkt entdeckt, weil er vorher, Tage vorher in der Stadt an so einem Einkaufscenter über den Parkplatz läuft und fast von denen, von der, von der Spolin oder von dem ganzen Tross dann halt hier fast überfahren wird. Und vorne sitzt dann halt der Alejandro und er sieht ihn halt und erkennt ihn halt später in dem Flüchtlingspunkt wieder und es war dann so, oh scheiße. Also, vor allem, ich fand es deswegen auch cool, weil du halt, bis es passiert, du nicht mal drüber nachdenkst. Also eigentlich als Zuschauer, wir haben ja alles gesehen und eigentlich müssen wir sagen, oh scheiße, jetzt sieht er den gleich, jetzt sieht er den gleich. Aber erst ab dem Moment, wo er ihn sieht, so, oh nee. Also, so ist es mir zumindest ergangen. Also, ich habe da jetzt mal wieder nicht aufgepasst. Andere aufmerksame Zuschauer haben wahrscheinlich gedacht, oh, jetzt sieht er ihn gleich, jetzt sieht er ihn gleich. Aber nein, mir ist es erst dann aufgefallen, oder? Aber es war auch wieder so ein Element, im Teil 1 hattest du den Polizisten, der, dessen Storyline so ein bisschen parallel verlaufen ist. Die war aber nicht ganz so ausführlich. Die dann halt am Ende wieder mit reingelaufen ist. Und diesmal war es halt dieser Junge, der auf die schiefe Bahn gerät. Sehr auf die schiefe Bahn. Ich fand es ein bisschen schade, weil er wird eingeführt, indem er sich von seiner Mutter verabschiedet und mit seinen Geschwistern zur Schule gehen soll. Und er steht dann noch am Bus und dann laufen alle, also steigen alle in den Bus rein und er nicht. Und er wird dann von seinem bösen Cousin abgeholt, der ihn dann erstmal ins Kartellwesen einführt. Also letztendlich macht er einen Kriminellen aus ihm. Einen Schlepper. Einen Schlepper halt und sagt halt, hey, guck mal da. Also du kennst dich doch eh auf der Seite, auf der anderen Seite, dann kannst du auch gleich Schlepper werden. Also vergiss den Berufswunsch, Popstar. Du hast einen amerikanischen Pass. Das war gleich so der Hauptgrund, warum wir sind rekrutiert. Und ja, und dann wird er halt rekrutiert. Und ja, und dann fand ich es schade, weil er war ja eigentlich so ein bisschen so ein moralischer Punkt dann gewesen. Aber der Junge, der hat ja Eiswasser als Blut. Also der ist ja eiskalt. Also wirklich. Ich fand sogar, ich hatte sogar den Eindruck, dass der eben nicht, also dass dessen Schicksal nicht so klar ist. Also der wirkte auf mich immer noch so ein bisschen zögerlich und skeptisch und macht das oder macht das nicht. Ich meine, klar hat er letztendlich seine Waffe abgefeuert auf den Alejandro in der Absicht, ihn zu töten. Aber es ist, er springt doch dann auch nochmal von dem Truck runter, weil ihm das Gelaber von den anderen zu blöd wird. Dann dachte man, was wird jetzt aus dem, aber nein, wird dann offensichtlich schon, geht diesen Pfad weiter. Ja, weil, als der Film dann, weil, ist das schon krass, weil er schießt ja dem Benicio Del Toro dann ins Gesicht, also voll in die Backe. Und jetzt kommt's, am Ende sieht man den Benicio Del Toro dann wieder, wo er sagt so, okay, hi, du willst Sicario werden, dann unterhalten uns. Lassen Sie uns über deine Zukunft. Genau, reden wir mal über deine Zukunft, was wiederum dann der Übergang zum dritten Teil dann wird. Und jetzt kommt's, die Wunde war auf der falschen Seite. Nee, der hat durchgeschossen. Aber du hast auf der Seite, wo er geschossen hat, keine Wunde gesehen. Nein, du hast nur auf der anderen Seite eine gesehen. Auf beiden. Nein! Nein, hat man nicht. Der hat einmal in den Spiegel gesehen, dann hast du links und rechts, der hat durchgeschossen. Hundertprozentig. Aber man hat die Narbe, weil man nur auf einer Seite gesehen hat. Achso, ja. Weil er hat ja rechts geschossen. Nee, die war im Schatten, die Seite. Die hat man nicht gesehen. Ich fand, das war ein Fehler. Ja, ja, es ist egal. Jedenfalls. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt. Genau. Ob das jetzt ein Fehler war. Die verheilte Narbe. Genau, die verheilte Narbe. Die Wunde hat man gesehen. Die Wunde hat man gesehen, aber die Narbe dann später nicht, weil die war, also die Wunde, jetzt warte mal, er lag, wie lag er denn? Also das war links, oder? Er hat links geschossen. Durchgeschossen, ja. Du hast links und rechts ein Loch gehabt. Ja, schon klar, aber. Ja, ich habe auch geguckt, aber ich glaube, die Einstellung war so, dass die Seite so im Schatten war, war, dass man die Narbe nicht gesehen hat und als er sich dann gedreht hat, hat man die andere Seite gesehen. Aber ist ja egal. Jedenfalls noch kurz zum Schicksal von Josh Brolin, also zum Matt. Ja, genau. Das fand ich auch eben diese interessante Wandlung, weil er hat ja so den Befehl bekommen, den sauber zu machen. Also seinen, naja, Freund, seinen Verbündeten, also auf der mexikanischen Seite eben den Alejandro zu liquidieren und das Mädchen. Und sie sind dann irgendwie unterwegs zum Einsatz und das passiert halt zeitgleich zu dem Punkt, wo der Übergang über die mexikanische Grenze so schief geht für den Alejandro und das Mädchen. Und er dann halt exekutiert wird im Prinzip vor den Augen der Amerikaner, des CIS, die das ganze Jahr über Luftüberwachung, Satellitenbilder, wie auch immer überwachen. Ja, ja. Und dann fällt da noch so irgendwie der Satz, ja, zum Glück mussten wir das nicht tun. Ja. Also der CIA, Josh Brolin, handelt in dem Glauben, dass der Alejandro liquidiert wurde. Ja. Und da hast du schon gemerkt, dass es ihm leid tut. Ja, also er... Ein bisschen, also man hat es schon gesehen im Gesicht. Ja, das spricht mal wieder, es ist die Güte eines Josh Brolins, der wirklich gut schauspielern kann, man konnte ihm kommentarlos am Gesicht ablesen, dass er halt jetzt trauert um seinen Kampfgefährten. Ja, sie waren ja schon Freunde. Ja. Und jedenfalls stoppen sie aber diesen Konvoi mit dem Mädchen, dieser Schlepperbande und halt auch mit einer Härte und einer Erbarmungslosigkeit, wo ich sage, boah, also so steht alle auf. Ja, ja, das war krass, ja. Und dann denkst du schon für einen kurzen Moment, der hat das Mädchen jetzt wirklich kaltblütig erschossen, hat er aber nicht, er hat nur den Kartelltypen da abgeknallt. Ja, weil das ging so schnell, er hat Tür auf, zack, reingeballert und dann ist er schon wieder weitergelaufen, hat zu dem anderen, weil das sind ja zwei Fahrzeuge, genau, und hat dann gesagt, ja, steht mal auf und ballert die alle noch nieder und denkst so, ja, okay, jetzt ist er auch tot. Ja, aber dann geht er zurück und holt das Mädchen aus dem Wagen und dann sagt ihm sein Kollege noch so, hey, das gibt mächtig Ärger. Und das war es dann auch, er sagt halt, er nimmt sie in Zeugenschutz. Ist mir egal, ich nehme sie in Zeugenschutz. Das war so der letzte Auftritt quasi von Josh Brolin, der quasi mit dem Helikopter dann mit dem Mädchen eben zurück in die USA fliegt, entgegen seiner direkten Order. Und das hat mich dann dazu veranlasst, also auf der einen Seite Alejandro, der ja quasi seine Exekution überlebt, indem der zukünftige Sicario-Nachwuchs halt ihm ins Gesicht und nicht in den Kopf schießt. Dann diese Szene eben, wo sie sich ein Jahr, da gibt es nochmal so eine kurze Vorblende ein Jahr später, wo dann eben der Alejandro dem jetzt vollständig tätowierten Badass-Jung-Sicario dann auflauert oder wartet auf ihn in so einem Hinterzimmer. Das heißt also, man hat diesen Satz, den du schon genannt hast, von wegen, ja, du willst also Sicario werden und dieses, der Matt fliegt mit dem Mädchen entgegen seiner Order zurück in die USA. Und das ist das Ende. Und das fand ich jetzt ein bisschen unbefriedigend. Da wusste ich auch noch nicht, dass es eine Trilogie werden soll. Und dann dachte ich mir so, hm. Ja, ich hatte es halt in dieser Kritik schon gelesen, dass halt das Ende halt darauf hindeutet, dass es halt einen dritten Teil gibt. Und deswegen war auch ich da so ein bisschen vorbereitet. Fand es jetzt nicht schlimm. Und einer der besten Szenen dann auch nochmal gegen Ende ist ja, wenn dann diese Helikopter-Sequenz dann, wenn der Josh Brolin sitzt, der dem Mädchen gegenüber und die guckt ihn einfach nur an. Die guckt und guckt und guckt und er erträgt ihren Blick. Also am Anfang hält er diesen Blick noch stand. Und irgendwann kann er sie nicht mehr angucken. Und dann guckt er dann nur noch so nach links und dann wieder nach rechts und nach links und wieder nach rechts. Und das ist halt im Prinzip diese Verachtung, die sie ihm halt entgegenschlägt. Und du siehst ihm an, dass ihn das trifft. Ja. Und das ist halt und auf einmal wird so ein eiskalter Ausputzer auf einmal ein Mensch. Also das war so die letzten Minuten von Josh Brolin, die waren schon auch wieder sehr beeindruckend. Was denkst du denn, wie es weitergeht? Nee, warum sich der Alejandro entschieden hat, dem Mädchen zu helfen? Weil im Teil 1 löscht er halt einfach die komplette Familie aus vor den Augen seines Peinigers, der seine Familie ausgelöscht hat oder es zumindest den Auftrag gegeben hat. Nee, ich glaube, er war sogar der Ausführende, weil der Auftraggeber war ja der Vater von den Mädchen. Ja, aber das waren auch wieder seine Leute. Ich glaube, jetzt ist der selber der Hand. Ja, weil ich war, wo ich das dann gelesen habe, so ja, der Auftraggeber von der Tötung von dem seiner Familie, dachte ich so, hä, die hat er doch im ersten Teil schon umgebracht. Aber letztendlich muss es da auch nochmal eine Ebene nochmal drüber gegeben haben. Naja, aber er knallt halt Kinder und Frau vor den Augen des Peinigers ab und jetzt hilft er quasi dem Mädchen seines, des Chefs, also desjenigen, den er eigentlich zur Strecke bringen will. Was ist da deiner Meinung nach in ihm passiert? Also warum hilft er dem Mädchen? Ich glaube, dass er dann wieder an seine Tochter erinnert worden ist, weil die muss, glaube ich, im selben Alter gewesen sein. Also das habe ich noch nicht ganz durchschaut, weil ich mir immer gedacht habe, also was ist das jetzt für ihn? Also in dem Moment, wo der Josh Brolin ihm über das Satellitentelefon sagt, du pass mal auf, ich muss tun, was ich tun muss. Ich muss sicher die Fäden kappen und du bist auf dich allein gestellt. Welchen Wert hat das Mädchen für ihn? Ja, ich meine letztendlich, es ging ja auch nie darum, sie zu töten. Es ging ja nur immer darum, sie zu entführen. Ja, um den Krieg auszulösen. Genau und deswegen war auch für ihn, glaube ich, nie die Option, dieses Mädchen, ich meine letztendlich hätte er sich auch schon rächen können. Aber ich weiß nicht. Du weißt ja auch wieder nicht, was dazwischen passiert ist. Also ich glaube halt, dass einfach schlichtweg es Sympathie war, was ihn dazu gebracht hat, dieses Mädchen zu beschützen und dass sie ihn halt, glaube ich, an seine Tochter erinnert hat. Und das führt mich halt auch wieder dann zu der letzten Überlegung, warum Josh Brolin das getan hat, was er getan hat. Ob er das jetzt getan hat, um einem alten Freund und Weggefährten, den er ja für tot glaubt, also um sein Vermächtnis oder also das, wofür er sein Leben gegeben hat, quasi nicht umsonst, dass es nicht umsonst gewesen ist oder ob er es aus eigenem Mitleid tut. Ob ihm das, also verstehst du, was ich meine? Das Mädchen, hatte ich schon den Eindruck, dass es ihm ja vollkommen wurscht, sondern dass er das halt einfach macht, weil sein Weggefährte jetzt tot ist und er sich so dafür eingesetzt hat, dass das Mädchen zurück in die USA kommt und er nicht wollte, dass der Tod komplett umsonst ist. Oder dass er einfach sich gedacht hat, so okay, jetzt das Mädchen zu retten ist halt nochmal so ein Stinkefinger nach Washington, zu sagen, okay, ihr könnt mich jetzt mal am Arsch lecken, ich tue jetzt nicht, ich mache jetzt nicht das, was ihr mir sagt. Naja, also wenn eine Fortsetzung kommt, glaube ich, wird er den Posten nicht mehr innehaben. Wahrscheinlich, ja. Wie auch immer das weitergehen kann. Oder er wird in die hinterste, dreckigste Kriegsregion geschickt und kommt dann erst mal nicht mehr raus. Also so könnte ich es mir jetzt vorstellen, also so würde ich das schreiben. Also wenn, der wird jetzt erst mal straff versetzt irgendwo hin, weil auf so jemanden kannst du nicht verzichten. Also du kannst so jemanden auch nicht in den Knast schicken. Also der wird halt einfach straff versetzt und muss halt, ja, wird halt Möbel gemacht und dann brauchen sie ihn wieder und dann holen sie ihn wieder. Was denkst du, wie geht es mit Alejandro weiter? Ja, der hat jetzt da seinen Padawan an der Seite. Meine Theorie? Ja. Es war ja so, dass es kam ja irgendwie mal zur Sprache, also gerade in dem Gespräch zwischen dem Matt und seiner Vorgesetzten, von wegen, er sagt ja, der Matt, also der Alejandro ist eine Ressource und es hat lang gedauert, den zu drehen, also dass der für die Amerikaner arbeitet. Und dann meinte ja sie so, ja, es gibt viele trauende Väter jenseits der Grenze und er soll sich nicht so haben und er soll quasi den nicht mehr killen. Vielleicht ist zu dem Zeitpunkt, also diese Vorblende, ein Jahr später, der Alejandro wieder im Dienst und rekrutiert quasi. Ihn für die Amerikaner? Okay. Ja, klar. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, also Jungfleisch, dass er sagt, er kann das nicht mehr machen oder was, keine Ahnung. Ja, ja, klar. Nachwuchs für CIA. Ja. Vielleicht sind sie wieder. Ja, auf jeden Fall, ich glaube schon. Ja, wir sind gespannt. Ja. Hast du noch irgendwas, was du anbringen möchtest? Nein, nein. Ja, dann kommen wir zu unserem Gesamtfazit. Ich denke, wir haben unserem spoilerfreien Fazit auch nicht mehr wahnsinnig viel hinzuzufügen. Nein, ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Ich finde, dass es ein sehenswerter, gut fotografierter Thriller ist mit guten Darstellern und einer Facette weniger als im ersten Teil, aber nicht minder unterhaltsam und ist in jedem Fall ein Kino-Kinobesuch wert, wenn ihr den Teil 1 gesehen habt. Ja. Absolut. Dann, was haben wir denn in petto? Was werden wir denn in den nächsten zwei, drei, vier Wochen gucken? Ich glaube, eine erfreuliche Nachricht für unsere Fans vorweg. Es wird wieder öfter Cut geben, weil jetzt natürlich auch schon langsam, naja, eigentlich sind wir noch nicht im Hochsommer, weil August ist eigentlich, ja, Juli August. Wir kommen schon zum Richtung Hochsommer. Ja, nee, Sommerloch, Kinosommerloch ist schon langsam vorbei jetzt, ne? Ja, das war jetzt auch wegen der WM einfach. Und jetzt kommen halt wieder Filme und wir freuen uns ganz besonders auf. Ant-Man and the Wasp. Der kommt nächste Woche. Nächste Woche. Genau, und dann freuen wir uns wie Bolle auf Mission Impossible Fallout. Aber hallo. Aber hallo. Also das ist wirklich, ich glaube, weiß ich nicht, wie oft wir den Trailer geschaut haben. Also wir verehren diesen Trailer und gut geschnitten, gut gemacht. Ja, wir haben jetzt nochmal die letzten drei Mission Impossible angeschaut und also wir sind wirklich ein riesen Fan von dem Franchise. Ja, also ich kann euch allen, die uns auf Twitter oder Facebook folgen, die kriegen ja so ein bisschen mit. Ich poste meine Letterboxd-Rezensionen immer dort, dann kriegt ihr ja mit, was wir abseits von unserem Podcast zu gucken. Ihr könnt davon ausgehen, dass das, was ich gucke, Donja auch guckt. Ja, in der Regel schon. Und meistens eine ähnliche Meinung vertritt, meistens so einen halben Stern weniger als ich. Ja, irgendwie bin ich ein bisschen kritischer wie du, ich weiß auch nicht. Und demnach haben wir, wie gesagt, Mission Impossible nochmal wiederholt geguckt, Teil 3, 4 und 5. Und haben auch schon die ganzen Vibes hinsichtlich der kommenden Fortsetzung gelesen. Und wir freuen uns tierisch drauf, weil das soll ein Feuerwerk sein, ein Meisterwerk, der Höhepunkt dieses Franchises. Und wir sind sowieso der Meinung, dass das eines der besten Action-Franchises ist der Neuzeiter. Absolut. Also ich muss wirklich, also ich war ja früher nicht so, also ich habe jetzt nie gesagt, ich bin jetzt kein Fan von Tom Cruise, aber ich war jetzt auch nicht bekennender Tom Cruise Fan. Ist natürlich auch immer schwierig gewesen wegen seiner, weil er ja, Scientology und, aber das tritt gar nicht mehr so in den Vordergrund, zum Glück. Also zumindest kriege ich jetzt hier in Deutschland nichts mit, wie es in Amerika ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt einfach, nochmal kurz, um dazu was zu sagen, er ist halt wirklich, also wenn man die ganzen Dokus auch sieht und wie, der macht ja wirklich alles selber. Und das ist einfach Hut ab vor diesem Mann, der ist jetzt auch schon über 50 Jahre alt. Mitte 50. Mitte 50. Er sieht aus wie ein junger Gott. Er hat zum Glück auch nichts machen lassen. Zumindest sieht man nichts. Und er ist halt einfach, ja, also eine Rampensau vom Herrn. Er ist wirklich voll gealtert und er ist fit wie ein Turnschuh. Wie ein Turnschuh und es ist halt einfach immer wieder, wenn man dann diese Filme anschaut und man weiß, der macht das selber, dann hallo Hut ab. Also wirklich Respekt. Und allein deswegen sollte man diesem Mann auch Respekt zollen. Also ob er jetzt Schauspielern kann oder nicht, hin oder her, ich finde er kann's. Er hat halt so dieses typische, es gibt halt dieses typische Tom Cruise Grinsen. Ja, diese Art halt. Diese Art halt und die hat er lustigerweise immer noch, auch mit 50 sieht er immer noch so, so Maverick freche Grinsen drauf und ich finde es auch, genau, aber wir können ja bei Fallout dann nochmal weiter über ihn Lob hudeln. Ja, also definitiv Fallout, wie gesagt, nächste Woche gucken wir voraussichtlich Emin and the Boss zusammen mit Freunden. Auf jeden Fall. Und werden versuchen, nicht am selben Tag wahrscheinlich, aber dann zeitnah die nächste Episode aufzunehmen. Ja. Werden wir in jedem Fall machen, vielleicht auch mal unter der Woche mal gucken. Ja. Und da an das Wochenende drauf, beziehungsweise werden wir das schon wochentags machen, werden wir in jedem Fall Fallout gucken und dann ja mal schauen, was noch kommt. Ja. Wir werden wieder die Schlagzahl erhöhen. Hoffentlich. Ja, wir müssen auch mal wieder Serien eintopfen. Wir wollten auch wieder mal einen Serieneintopf machen, aber da muss ich ehrlich sagen, wir schrecken da immer so ein bisschen vor dem Rechercheaufwand zurück, weil wir echt wahnsinnig viel geguckt haben seit dem letzten Serieneintopf. Aber wir sollten es mal angehen. Ja, wir sollten es mal wieder angehen. Ja, machen wir. Ja. Machen wir auch. Aber jetzt erst mal zwei Kinofilme in Folge und danach gucken wir weiter. Genau. Ja. Dann. Schreibt uns. Ja. Egal was. Wenn ihr uns Rückmeldung oder Unterstützung geben wollt, dann könnt ihr euren Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter folgen. Könnt uns auf Facebook folgen. Oder auf YouTube. Ist neu, gell? Ja, neuerdings. Es erschließt sich mir zwar nicht ganz, wer das auf YouTube hören mag, aber man kann uns jetzt auch quasi auf YouTube hören. Uh. Vielleicht werden wir jetzt YouTube-Stars. Ja, man sieht uns ja nicht. Ach so. Man sieht ja nur so ein Audio. Vielleicht deswegen. Ja, genau deswegen. Ja, ihr könnt diese oder andere Episoden kommentieren. Ja. Also, schreibt uns eine Nachricht. Genau. Ihr könnt uns auf iTunes bewerten. Empfehle uns auf panoptikum.io. Ja. Oder ihr könnt über uns auf Amazon einkaufen oder uns natürlich eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr, wie immer, in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden oder auf kat.exklamatio.de. Ja. Das war's dann für heute. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Zeit. Gute Zeit, genau. Bis zur… Bis bald, ihr Schnuffis. Bis zur nächsten Episode. Und ja, vielleicht lasst ihr ja von euch hören. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.